Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu noch einem Platin-Video. Ich habe heute neun Platin-Videos aufgenommen, alles von hier Brakeswood Games und da kam dann heute noch ein neues raus und zwar dieses hier. Und das hatte ich übersehen und das ist besser als das andere Baseball, da gibt es wieder einen Trick und hier gibt es auch einen Trick. Wir werden mit diesem erstmal anfangen, einmal müssen wir jetzt ganz normal starten, das ist wichtig, ihr dürft von den Bällen nicht getroffen werden und wir müssen hier hochgehen. So, jetzt haben wir die Trophäe gekriegt, dass wir jetzt hier erstmal getroffen werden und jetzt einfach auf den Controller nach oben gedrückt halten und X bestätigen. Und ihr seht, wir sind unverwundbar und jetzt einfach ganz easy going 10 Levels absolvieren. Mal gucken, wie schwer es wird. Ich habe ein bisschen rumgetestet auf dem anderen Profil, links, unten, rechts, also unten, X, rechts, O, X, links, X. Die Videos sind alle auch so kurz, ich glaube, ich werde da jeden Sonntag zwei Trophy-Videos für euch online stellen. Oder ich werde die hintereinander wegmachen oder so, ich habe noch keine Ahnung. Ich will die auch nicht alle gleich am gleichen Tag verbraten. Sonst kommt wieder nichts auf meinem Kanal und dann meckert er auch wieder rum, wenn das nichts kommt. Deswegen muss ich die alle ein bisschen planen, dann ein bisschen Geduld. Wenn er so eine Kante ranspringt. Dann macht er mal schon einen Doppelsprung. Dann geht er gleich, stützt ihn an der Kante ab und könnte er noch ein Stück weiter höher springen. Könnte er natürlich ordentlich abkürzen. Ich bleibe jetzt hier einfach auf X gedrückt und... ... ... ... ... ... Und noch ein Blöden auf den Schaft. Ach, das war's schon? Ach, das war's schon. Ach, das war's schon. Ach, das war's schon. Ach, das war's schon. Wir sind schon in Phase 10. Ach, das war's schon. Phase 12, Level 3. Okay. So, können wir rausgehen. Ja, nur ein Stück. Und einmal treffen lassen. Und wir haben Platin. So, das war's schon. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder eine schnelle Platin verschaffen. Ich hoffe, ihr euch gefreut, wenn es euch gefreut hat. Däumchen wie ein Träumchen. 9,99 Cent im Playstation Store. Das Spiel hört wir jetzt gleich machen. Wir haben diese Tier. Auch 9,99 Cent im Playstation Store. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Bis dahin. Bis dahin.